Ich bin Sebastian Breitnieder, spür die Boussaune und spür jetzt L'Aubis Quintal, Concertino. Hallo, ich bin Sophia Pelleberg und ich spür' Saxofon und ich spür' jetzt alles was vor. Ich bin Tobias, ich spür' Saxofon und ich spür' jetzt ein bisschen was vor. Ich bin die Marie Ackermann und ich spür' Querflöte und ich spür' jetzt ein paar Teute aus der Amazonasolate von Carl Philipp Emanuel. Ich spür' jetzt an meinem Tag. Untertitelung des ZDF, 2020